Willkommen zu meinem Lesemonat vom Monat Februar. Ich habe sehr viel gelesen für meine Verhältnisse. Und zwar begann alles mit meinem Highlight von Kate Stewart, der Ravenhood Vlog. Der erste Band dieser wunderschönen Reihe und ich habe es so durchgesuchtet, so schnell, war ich mit so einem dicken Buch, glaube ich, sonst wie. Hier lernen wir Cecilia kennen und sie muss jetzt zu ihrem Vater ziehen, den sie eigentlich gar nicht kennt, und muss dort in seiner Firma arbeiten, damit sie sein Geld danach bekommt. Und sie weigert sich eigentlich, oder sie möchte das eigentlich gar nicht gerne machen, weil sie ihr Umfeld verlassen muss, doch in der Firma lernt sie schnell Cine kennen und dieser nimmt sie dann sogar gleich am ersten Tag mit zu sich nach Hause. Dort sieht sie dann andere Leute und alle haben sie einen Raben als der Du irgendwo. Und als sie dann Dominik, einen von diesen Kollegen, genauer ansieht, verliebt sie sich jetzt auch noch in ihn und nicht nur in Cine. Und jetzt sind ihre Gefühle verwirrt und sie selbst ist verwirrt und sie weiß nicht, ob sie diesen Typen überhaupt vertrauen kann, weil sie gar keine Ahnung hat, was diese Raben bedeuten. So ein gutes Buch. Wer so auf die Mischung zwischen Spice und Romance geht, der ist hier auf jeden Fall definitiv gut aufgehoben. Ich hatte ja anfangs Angst, dass es zu viel Spice gibt, aber nein, das ist eine gesunde Mischung. Klar, die Szenen werden schon richtig beschrieben, aber es geht nicht vorrangig darum. Wir lernen Cecilia sehr gut kennen, aber auch so ein bisschen diese Rabenbrüder, wobei immer noch ziemlich viele Fragezeichen da sind, wenn man ihn beendet hat. Aber ansonsten wäre eine Trilogie ja auch sinnlos gewesen. Der Schreibstil von Kate Stewart ist richtig toll. Man hat immer so einen Film, der mitläuft. Und sie hat einfach so einen tollen Ort geschaffen. Triple Falls ist einfach so ein ganz kleines Örtchen, wo fast jeder jeden kennt. Und deswegen warnen sie halt auch alle von diesen Rabenbrüdern. Aber je mehr man dann liest, desto mehr vertraut man Szenen, aber auch Dominik. Wobei ich sagen muss, ich mochte Dominik nicht so gerne vom Charakter her, aber Szenen hat mir so gleich zugesagt. Genauso wie auch die Hauptcharakterin Cecilia. Und es ist so toll, was ihr hier alles erlebt. Es passieren so viele Sachen, gefühlt. Ich konnte wirklich nicht mehr aufhören zu lesen. Deswegen war das auch mein Highlight. Und das hier hat einfach mit einem riesen Clifthänger geändert, weswegen ich da natürlich so gleich Band Nummer 2 gekauft und auch sofort gelesen habe. Und zwar ist das Exodus. In Rot gehalten. Und es ist noch dicker als der erste Band, aber dennoch habe ich 200 Seiten an einem Tag durchgelesen, weil es mir so gefallen hat. Es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erzählen, um was es darin geht, weil es natürlich der zweite Band einer Reihe ist und ich nicht spoilern möchte. Deswegen nur so viel. Hier geht es natürlich weiter um Cecilia. Und nachdem sie was verloren hat im letzten Band, möchte sie jetzt fast so neu anfangen. Sie lernt jetzt plötzlich den Chef dieser Raben kennen. Und zwar ist das Tobias. Sie weiß anfangs nicht, was sie von ihm halten soll. Dieser sehr heiße Kerl mit diesem französischen Akzent hatte sie einerseits angetan, aber einerseits möchte sie ihn auch hassen. Aber das mit dem Hass funktioniert nicht sehr lange und sie verliebt sich in ihn und die beginnen jetzt so eine kleine Beziehung, bis dann irgendwas passiert, was ich nicht verraten kann, weil ich ansonsten wirklich spoilere. Sie weiß dann halt irgendwann auch nicht mehr, wem sie glauben kann und wem nicht. Auch ein richtig tolles Buch. Wobei ich sagen muss, es hatte so ein kleines bisschen Länge, aber das hatte sich bald so ein bisschen verzogen. Ich habe es wirklich richtig gerne gelesen. Hier ist es besonders, weil dieses Buch in der Jetztzeit spielt und der Rest eigentlich in der Vergangenheit gespielt hatte. Das erfährt man hier aber erst so bis zum gewissen Teil. Hier passiert so viel und ich war so schockiert bei einem gewissen Punkt. Jeder, der dieses Buch gelesen hat, weiß jetzt, von welchem Punkt ich rede. Wow, also mich hat so viel schockiert in diesem Buch. Ich fand das auch sehr toll, dass es dann um die Jetztzeit ging, weil Cecilia ist dann erwachsen geworden, genauso wie die ganzen anderen Menschen. Und sie kehrt dann da nach Triple Falls zurück und hat ein bisschen Angst davor, eigentlich zurückzukehren. und plötzlich sind diese Leute auch alle weg, die sie damals gekannt hatte, nur Tobias nicht. Sie muss jetzt ein bisschen für sich selbst klarkommen, sie muss ein bisschen die Wahrheit herausfinden und das fand ich so gut. Also Kate Stewart hat wirklich sich Gedanken darüber gemacht, wie man diese Trilogie dann weiter fortsetzen kann. Dieses Mal kein so krasser Cliffhanger am Ende. Deswegen habe ich den dritten Band auch noch nicht gelesen, weil ich Angst davor habe, was da noch alles passiert und Angst davor habe, Triple Falls dann für immer zu verlassen. So gut hat mir Triple Falls gefallen. Natürlich ist hier auch ein bisschen Spice wieder drin. Ist klar. Es ist definitiv für mich auch unverständlich, warum es eine TikTok-Bestsellerliste von diesem Buch gab, weil es ist nichts für Leute unter 16, vielleicht sogar unter 18. Denn diese Szenen, die beinhalten schon sehr, sehr viel Spice und auch ein bisschen Gewalt. Deswegen, ja, sagen wir mal so, unter 18, unter 16 besser nicht lesen. Dann habe ich ein E-Book gelesen und zwar von Heidi Treu, Das letzte Glas Wein, der Lorenz Lovis der Neue. Der vierte Fall, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Endlich geht es weiter. Endlich durfte sie die Bücher wieder verlegen. Hier ermittelt Lorenz Lovis endlich wieder weiter und zwar ausgerechnet für seinen verhassten Nachbarn, denn dessen Kellenmeister ist einfach tot aufgefunden worden in seinem Weingut. Und jetzt gilt es für Lorenz Lovis, die Wahrheit daraus zu finden, was hier passiert ist. Einerseits möchte er seinen verhassten Nachbarn gar nicht helfen, doch andererseits reizt es ihn einfach so sehr, endlich mal wieder privatdetektiv zu sein und nicht nur Bauer. Und er hat wieder jede Menge Zeug, was er hier rausfindet. Es ist einfach so ein herrlicher Krimi, der man so für zwischendurch mal gut durchsnacken kann. Ich hatte den wirklich auch ziemlich schnell beendet, weil ich mich einfach so wohlfühle auf diesem Hof von Lovis. Also die harmonieren alle gut. Auch die Knechte harmonieren gut und einfach diese Atmosphäre von Südtiroler Höfen, die ist hier so gut wiedergegeben. Man fühlt sich wirklich, wie wenn man auf diesem Hof von Lovis schon mal als Gast gewesen ist, denn er vermietet ja auch Zimmer. Und mehr als einmal musste man grinsen, als diese altere Frau, die gerade ein Zimmer hier gebucht hatte, aufgetaucht ist. Es ist einfach die herrliche Mischung zwischen Krimi und Humor. Es ist nicht so brutal, aber dennoch ist es auch wirklich nie langweilig und man kommt gut mit der Geschichte klar. Man sollte vielleicht allerdings auch die Bände da vorlesen, um eben ein bisschen Lorenz Lovis besser kennenzulernen. Man kann es aber auch einfach so vom Stillgreif anfangen, aber dann hat man halt so ein paar Sachen verloren, sozusagen von seinem Privatleben, was hier vielleicht hin und wieder wichtig sein könnte. Dann habe ich Belladonna gelesen und davon habe ich sehr viel gehört. Es ist auch ein Bookstock-Bestseller gewesen. Deswegen wollte ich es unbedingt lesen, aber ich muss sagen, es hat mich ziemlich in Deutsch zurückgelassen, denn dieses junge Mädchen ist ein bisschen naiv gewesen, kam mir so vor. Sie kann nämlich den Tod heraufbeschwören und mit dem Tod reden, ohne dass sie stirbt. Also sie lebt praktisch lebenslänglich. Sie hat sich schon so oft versucht, zu vergiften, eben mit Belladonna-Bären, aber nie ist es gelungen, denn alle aus ihrem Umfeld sterben. Und sie hat immer das Gefühl, allein zu sein und sie hat eben auch das Gefühl, von allen allein und verlassen zu sein. Und eines Tages bleibt nur noch ein Verwandter übrig, der sie aufnehmen könnte und dort sterben aber auch fast alle. Ihre Cousine liegt im Sterben und sie möchte nicht, dass diese auch stirbt. Deswegen möchte sie mit dem Tod einen Deal eingehen, dass er sie nicht sterben lässt. Ich fand es ja ganz interessant, vor allem der Anfang, wo sie eben diesen Tod heraufbeschwörte, weil sie ewig leben konnte und mit dem eben geredet hat und der Tod hat ihr auch ein bisschen geholfen, so, und hat ihr immer mal wieder so Hinweise gegeben. Das fand ich ja interessant ganz am Anfang, aber dann irgendwann wurde es komisch. Es hatte irgendwann immer nur diese Wiederholungen, irgendwann wurde es langweilig. Es hat aber dann auch so ein bisschen offen geändert, weswegen ich den zweiten Band Foxclaw wohl doch lesen möchte und den auch schon besitze. Aber ich habe mir halt mehr da erwartet. Für ein Fantasy-Buch ist es mir nicht zu ausgearbeitet genug gewesen. Ich mochte zwar den Charakter Tod und auch den Charakter der Hauptperson und auch die anderen, aber das gewisse Etwas war irgendwie nicht da. Der Schreibstil ist ein bisschen ungewohnt, weil er hat sich an die Zeit angepasst und das spielt halt nicht in der heutigen Zeit, was man dazu sagen muss. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich damit klargekommen bin. Aber als ich damit dann gut klargekommen bin, dann hat es auch geklappt mit dem Schnellerlesen, aber es kam mir so unglaublich schwermütig vor, diesen Schreibstil zu lesen, teilweise zumindest. Es gab einige Überraschungen in diesem Buch, mit denen ich nicht gerechnet hatte und da hat es mir wirklich sehr gut gefallen. Der Anfang war gut, der Mittelteil ein bisschen langweilig und das Ende dann wieder gut. Also von dem her ist es nur so ein durchwachsenes Buch gewesen. Bei Fantasy-Büchern kann ich mich eigentlich sehr gut immer in die Geschichte einlesen und mir das so bildlich vorstellen. Hat hier leider nicht ganz geklappt. Vielleicht auch, weil mir einfach der Schreibstil nicht ganz gut gefallen hat. Von mir hat dieses Buch definitiv nicht sehr viele Sterne verdient. Einfach, weil ich mir Besseres vorgestellt habe. Ich hoffe, Band 2 wird besser. Dann habe ich noch ein Buch gelesen und das habe ich in drei Tagen durchgesuchtet gehabt. Und zwar von Arno Strobl, deren ersten Band der Mörderfinderei, die Spuren der Mädchen. Es ist unglaublich spannend gewesen. Also hier geht es um Max Bischoff und den kennen wir aus der Im Kopf des Mörders-Triologie. Die muss man allerdings nicht unbedingt gelesen haben, um den Charakter Max Bischoff zu verstehen. Das gelingt auch hier. Jetzt hat er allerdings verschlossen, nicht mehr als Kommissar tätig zu sein und unterrichtet stattdessen an der Uni. Und das, findet er, ist einfach seine Sache. Dann kommt eines Tages ein Mann zu ihm und fragt, ob er ihm helfen könnte. Seine Tochter ist vor einigen Jahren verschwunden und jetzt tauchen plötzlich Sachen von ihr wieder auf. Er kann nicht anders und muss diesem Mann helfen. Aber es wird immer rätselhafter, dieser Fall. Und er steigert sich immer mehr da hinein und seine Ex-Kollegen müssen ihm dann auch irgendwann helfen. Und wow, einfach super. Man muss sagen, der Schreibstil von Strobl ist ein bisschen eigen. Also er arbeitet sehr viel mit Dialogen und zwischendurch kommen dann immer so kursiv geschriebene Passagen und dort erzählt er entweder aus der Sicht des Täters oder auch aus der Sicht des Mannes. Ein bisschen ungewohnt anfangs. Aber das steigert wirklich ein bisschen. Die Spannung kam mir dann vor. Ich konnte wirklich überhaupt nicht mehr aufhören und das nicht mehr weglegen. Ich fand es jetzt nicht unbedingt so Thriller-Thriller-mäßig wie Fitzsack zum Beispiel. Aber es ist ein sehr, sehr gut gelungen, das Buch, was durchweg spannend war. Vor alledem hat er den Leser ein bisschen verwirrt, auch immer mal wieder mit diesen neuen Spuren. Und wenn dann neue Spuren gekommen sind, dann dachte ich mir immer so, jetzt weiß ich, wer der Täter ist. Und dann bumm, alles wieder komplett anders. Also wenn man hier anfängt zu lesen, kann man definitiv nicht mehr aufhören. Und es gibt auch noch weitere Bände in dieser Reihe. Ich finde ja auch hier so richtig toll, wie es gestaltet ist. Und dadurch bin ich ein bisschen wieder zu Thriller-Queen geworden. Ich bin ja momentan keine Thriller-Queen, muss ich gestehen. Aber das war dann auch mitunter eines der besten Bücher, die ich den Monat gelesen hatte. Und das war es tatsächlich schon. Ich hoffe sehr, der Lesemonat hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung da lassen. Du kannst mich auch gerne kostenlos einen Klick abonnieren oder mir einen Kommi schreiben. Und nächste Woche wird es wieder weitergehen mit einem etwas anderen Video mal.